Wir sind in Altbach am Eischießerweg, am Ortsrand bzw. am Waldrand. Stichwort war Brand 1, brennt ein Baum auf einer Wiese. Auf der Anfahrt konnten wir eine massive Rauchentwicklung feststellen. Wir haben dadurch das Stichwort auf Brand 3 erhöht. Die Kräfte sind dann weiter angefahren, die Lage wurde erkundet. Die Feuerwehr aus Blochingen, die Feuerwehr aus Altbach sind mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 27 Mann an der Einsatzstelle. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes brannte ein Vordach mit Gartenanbau in voller Ausdehnung. Es war am Anfang unklar, ob eine Person im Gebäude ist. Dadurch wurde das Stichwort nochmal auf B4 erhöht. Schwierigkeiten gab es in diesem Sinne keine. In der Ortsrandlage ist die Wasserversorgung ein bisschen das Problem. Da muss man halt ein paar mehr Schläuche legen. Insgesamt waren drei Trupps mit zwei Rohren bei der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Gefahr, dass der Brand aufs Gebäude übergreift, ist in diesem Fall sehr groß gewesen. Zum Glück waren Fenster und Türen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes geschlossen. Somit konnte die Brandausbreitung durch den schnellen Eingriff der Feuerwehr auch verhindert werden. Speziell hier in der Waldrandgegend keine Feuer, keine Zigaretten wegwerfen und generell einfach mit einem offenen Auge durch die Gegend gehen. Zum Glück waren es in der Waldrandgegend gegründet.